Hallo Freunde, willkommen zu einem Unboxing heute mit Judge Reed. Ja, Sylvester Stallone spielt natürlich die Hauptrolle in diesem Sci-Fi-Action-Movie, wo halt Sly gekleidet ist wie ein Robocop. Und ja, der Film ist von 1995 und im Shopping-Video hatte ich ja gesagt, ja, da spielt jetzt Sander Bullock mit, stimmt aber nicht, weil Sander Bullock spielt in Demolition Man mit, was ja so ähnlich ist und wo auch Sly mitspielt, habe ich jetzt ein bisschen verwechselt. Also in dem Film spielt jetzt kein Sander Bullock mit, aber ist ja auch egal. Zumindest spielt Rob Schneider mit, das finde ich super. Ja, Judge Reed. Mit allumfassender Macht, Recht, Gesetz und Justiz in einer Hand, die Judges. In Megacity, One lebt der Beste unter ihnen, Judge Reed, gespielt natürlich von unserem Sly, das Produkt eines geheimen DNA-Experiments. Sein Bruder, der kriminelle Rico, Armand Essence spielt ihn, will die Herrschaft an sich reißen. Dazu muss er erst einmal Reed aus dem Verkehr ziehen und hängt ihm einen Mord an. Von nun an muss Reed von allen gejagt auf eigene Faust um Recht und Ehre kämpfen, um seine Unschuld zu beweisen. Muss er aus dem Gefängnis fliehen, denn alle Beweise sprechen gegen ihn. Ja, hört sich alles super an, finde ich. Special Features, Making-of in Deutsch und Englisch, Promo Features, Teaser, Trailer, US-TV-Spots, Biografien und Wendekover. Technische Daten, Laufzeit 93 Minuten, Bonuslaufzeit 56 Minuten, Bild ist 2 zu 35 zu 1, 16 zu 9 anamorph kodiert. Ton, Deutsch und Englisch, Dolby Digital 5.1, Untertitel Englisch, Regionalko 2 und das Ganze 1995 gemacht. Steht hier alles. Ja, so sieht das Backcover aus. Ich dachte ja, das ist hier Sandra, aber das ist wirklich nicht Sandra Bullock. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus, unseren Robocop Sly und schauen mal rein. Ja, ein schönes Cover mit Bild drauf von Sly und hier sehen wir das Wende-Cover. Auf jeden Fall ein cooler Action-Sci-Fi-Film. Schönes Pop-Gang-Kino, würde ich sagen, oder? Ja, das war das Unboxing zu diesem wunderschönen Klassiker von Stallone, Judge Street. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst, bye bye.